hallo youtube und herzlich willkommen hier bei modbox ich bin es der gute pamo und wir schauen uns heute ja ein skript an dies heißt kalkaufträge ja wir können ja auch unsere thematiken eben halt dann wenn wir jetzt zum beispiel unsere aufträge machen unsere lohn dienstleistungen dann können wir auch eben halt dann ja jetzt mit dabei kalten wir könnten ja sonst immer nur düngen eben oder ernten oder eben halt an grobern mit diesem skript können wir jetzt auch kalken ja wie man sieht können wir hier schon mal ein paar felder schon mal kalken aber ob so schön wie es aber auch ist es gibt ihm halt ein knackpunkt bei diesem skript es verträgt sich leider nicht mit den better contracts beziehungsweise mit den besseren verträgen skript was sie immer dann auch findet damit verträgt sich dieses dieses skripte mal dann nicht ich habe es vorhin mal ausgetestet gehabt bei mir wollte der ls einerseits gar nicht starten andererseits konnte ich dann eben halt keine verträge auswählen also ist eben halt müssen mit vorsicht zu genießen weil wie gesagt mit den besseren verträgen skript die beißen sich die beiden aber so gesehen ist es auf jeden fall nicht ganz verkehrt jetzt können wir auch eben halt dann hierbei jetzt auch kalken ist ja ist eine kleine nette idee wobei ich glaube kalken ist glaube ich generell schon mit dabei ich bin jetzt auch nicht so ganz sicher hauts aber gerne mal in die kommentare rein ob ich mich da jetzt vertu oder nicht ja diesen skript könnt ihr aktuell jetzt bei motto brunter laden gibt es aktuell nur für pc und mac ja und wie gesagt so wenn ich es jetzt so drin habe einzeln ja keine warnings keine eros keine lures wie gesagt es verträgt sich aktuell mit den besseren verträgen skript nicht wenn euch diese ganz gerne mordvorstellung gefallen hat das gerne daumen da lasst gerne auch da und die glocke nicht zu vergessen ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und sage tschüss und bis zum nächsten mal